Wenn Lüften nicht mehr reicht, um schlechte Gerüche aus dem Auto zu vertreiben, wird es Zeit für das Silber-Ionen-Spray Quick-Fresh Silver von WIRT. Die Anwendung ist kinderleicht. Schalten Sie die Klimaanlage aus und den Umluftbetrieb ein. Dann stellen Sie die Lüftung auf Maximum und wählen eine kalte Temperaturstufe. Schütteln Sie die Dose kräftig und platzieren Sie sie zentral im Auto. Aktivieren Sie dann den Sprühknopf und verlassen Sie das Fahrzeug. Nach nur 10 Minuten sind schlechte Gerüche aus Innenraum und Klimaanlage entfernt. Die antibakteriellen Silber-Ionen beugen zugleich gegen Pezel und Bakterien vor. Überschüssigen Werkstoff entfernen Sie einfach mit einem Tuch. Quick-Fresh Silver ist die clevere Alternative, wenn normale Lufterfrischer versagen. Damit kehrt frischer Duft ins Auto zurück. Jetzt sind die Geist der Leiterung. Stieg mit dem Satz. Vielen Dank.